Und damit willkommen zurück. Es reißt mich ab. Spiel, Spiel, Spiel. Play, play, play. Go, go, go. Totensümpfe. Wow. Da rennen wir es rein. Machen. Bam, bam. Ich hätte noch irgendwas kochen müssen. Ich habe keine Ahnung was. Wahrscheinlich wird es irgendwie so billig. Spaghetti mit Tomatensauce. Easy. Braucht nicht viel. Geht schnell. Macht keinen großen Aufwand. Schmeckt ganz okay. So, den Höhlen-Troll. Können wir zu Fall bringen, weil er nur noch kommt. So. Dass der tot ist. Beobacht mit uns. Renn, Katscher. Mach dich nützlich. Das schont niemanden. Komm, mach mal, komm. Jetzt kann nicht keiner rennen. Wir wüffeln bis von Python. Das stört den Armen nicht. Eine Umwandkube. Ihr hebt nicht gefaulet. Das ist heftig. Hier hätte ich vielleicht statt den Feuern was anderes nehmen können. Das hat zwar Bäume, aber auch nicht so viele. So. Pass her. Piss her, Leute. Bisher passt es ganz gut. Noch ein gewollter Oberschnechtung. Mach das heiß befolgt das. Ihr wisst, was zu tun ist. Mordor ist stark. Mordor ist gefährlich. Anfangs nicht so, aber später. Der Orcs-Band von Mordor ist abartig. Das neue Gebäude ist fertig. Wacht euch wieder an die Arbeit. Schlachtet sie ab. Ich will sie kurz sehen. Nein, nein, nein. Lurans, die ist tot. Wut? Wut? Aber genannt. Wut? 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 Okay. Was ist die Frage? Was schafft der Not practices? Sieht so aus. Meta EAFLE aus. Sieht gut aus. Es werden aber viele Holzfäller dahin gebaut. Guck mal. Ne, da solltest du abhauen, das ist mir zu gefährlich. Ich werde so müde, ich merke das schon richtig, wie ich ein Lichter spiele. Oh, da ist ja ein, oh, das ist ganz gefährlich. So, wo ist jetzt der? Da. So. Na gut, das sieht eigentlich ganz okay aus, wenn der Lots jetzt nicht stirbt. Ja, Gossmog ist stark, aber der hat auch Druck mit dabei. Das haben wir schön gemacht, das war, das war gut. So, Tainted Land noch mit da her schmeißen. Wäre gut, wenn wir es verhindern würden, ne? Ja. 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 Ja, doch. Die Mordereiter sind nicht so stark, das ist eigentlich ziemlich schwach. Die Nazgulreiter hingegen sind ziemlich stark. Da sieht das aus. Ist ok, also ich denke mal das sieht soweit ganz gut aus. Das Türmchen das er da baut ist auch voll egal. So wie Reiter sterben. So. Easy. Kann der da hinbrennen bis töten? Das wäre natürlich gigantisch. Wenn der das Gebäude wechselt. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Der ist aber weit gerannt. Stirrt er wieder. Krass. Der Turm hält viel aus. Krass. Aber es weiß man nicht. Na komm, ein Berserkerchen geht noch. Alter meine Schulter mann. Oh zu viel. Zu schlecht gesessen. Zu schlecht gesessen. Oh meine Güte. So wie ist denn das mit den Lichtverhältnissen? Na geht noch. Aber ich sollte mal gleich ein bisschen heller machen. Ich schau mal grad. So. Müsste jetzt ein bisschen besser sein. Ja. Ja. Ist ok. Gut. Ich bin mal wieder übers Kabel gefahren mit dem Rad. Wer kennt es nicht. Die müsste ich doch gewinnen oder? Easy. Also. Na. Totensümpfe. Kein Thema. Ganz gechillt. So. Wieder mal nichts behalten. Ist aber egal. Solange ich seine Armeen immer wieder crushe. Besser Level. Und er keine Armeen hinkriegt. Dann geht das. Hier hat er halt jetzt Armeen. Das ist das Pärchen. So. Dann. Spielen wir jetzt das noch. Kann du nächste Runde. Aber das ist dann in Ordnung. Und wenn ich kann du dann bin ich oben safe. Kann vielleicht mal Lornbaum bauen. Baum bauen. Mal schauen. Okay. Arbeitet an eurer Einstellung. Wir haben viel zu tun. Okay. Das hatte ja gut geklappt soweit. Eigentlich müsste er mich halt sofort mit Helden niederrennen. Na. Dass er das nicht macht ist schon sehr verwunderlich. Na ja. Soll mir recht sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal wie das jetzt läuft. Wir haben jetzt eine Ruhe. Mach dich nützlich. Okay. Also Geld schaut düster aus. Sehr bluster sogar. Mal sehen. Mal sehen. Ich hab hier ein Bruchteil Ding. 28 ist gut. Der macht glaube ich bloß 14 oder so. Jetzt schon. Das ist natürlich sehr früh. Okay. Aber ich scheine das verteidigen zu können. Ist gut. Ich wollte mal gucken wie viel Geld ist. Der bringt 15 und der bringt. Seh ich nicht. Nix. 25. Wow. Okay. Okay. Das ist schon wieder so ein wildes Abgebumpsel hier. Okay. So. Ich renne jetzt mal da runter. Oh shit. Ja. 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 Das ist gut. Also 50 ist natürlich schon sehr schlecht. Aber okay. Wir haben das Gebäude. Oh, das ist sehr gut. Ach, wir kriegen hier ein Baumeister, das wäre auch sehr schön. Oje, 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 das sieht schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Uff, lass den doch bitte zufrieden. Was war das für ein Feuerball? Hallo? Uff, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Naja, vielleicht kann ich's halten, aber ich wüsste nicht wie. Okay. Das ist krass, da hab ich auch so viel Geld an den Sekunden. Och, die Waage. Ich hab da nicht gefühlt. Die hüften halt gar nichts. Das war doch dumm. Lieber Overkill. Die hüften halt gar nichts. Das war doch dumm. Lieber Overkill. Die hüften halt gar nichts. Aber okay. Noch steh ich irgendwie hier. Naja. Naja, das geht. Gut, vielleicht war sie doch nicht so Overkill. Vielleicht war die ja doch ganz in Bezug. Eine sehr gute Frage, ich hab keine Ahnung. Ja, der Hexenkönig ist heftig. Der, der macht das. Der ist schon sehr stark dabei. Okay. Also, Imlatris ist gefallen. Das bräuchte ich nicht weiter versuchen. Aber ich habe es länger verteidigt, als ich mir dachte, dass ich hinkriegen würde. Ist okay. Schade, aber nicht verwerflich. Weil... Das ist einfach nur dumm. Das ist... Das ist... Das ist nichts. Hinter 15 Minuten. Krass. Krass, okay. So, das heißt, wir verlieren das und als nächstes gibt es dann Karm Doom. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauch-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Auf jeden Fall in der nächsten Minute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall in der thiagesse. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020